Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. El cielo, los volcanes, el sol. Es kommt einem zur Zeit richtig Spanisch vor bei Coop. Trotzdem ist alles ganz einfach. Das Coop Kaffeesortiment ist nämlich vollständig erneuert und nochmal verbessert worden und dabei noch feiner auf ihren persönlichen Geschmack abgestimmt und zugeschnitten. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten und schon gar nicht beim Kaffee. Der Jubilor, schon immer der Lieblingskaffee vom grössten Teil von unseren Kundinnen, gibt es darum jetzt neu in drei verschiedenen Mischungen. Aus erstklassigen Hochland-Sorten, in Arabica Spitzenqualität, gemischt und geräuschtet für ihren persönlichen Geschmack, gibt es jetzt neu bei Coop, den Jubilor Bohnenkaffee in drei verschiedenen Mischungen. Jubilor Classico, die beliebte klassische Mischung, die Sie kennen. Jubilor El cielo, die sanfte Mischung mit dem vollen Aroma. Jubilor El Sol, die kräftige Mischung für alle, die Ihren Kaffee besonders rassig und temperamentvoll mögen. Goop-Kaffee ist eben Kaffee für Kenner, von Könner. Goop-Kaffee ist Kaffee für Kenner. Und wie Sie jetzt gerade gesehen haben, hat es auch für Ihren persönlichen Geschmack bestimmt die richtige Mischung dabei. Sicher kommt es auch bei Ihnen ab und zu vor, dass Sie weder Zeit noch Lust haben zum Zubereiten von aufwendigen Menü. Für solche Fälle empfehle ich Ihnen Piatty Pronti. Piatty Pronti, die feinen Cordon Bleu oder Schnitzel aus Geflügelsleisch, sind fix fertig gewürzt und gebacken. Man kann es schnell in der Bratpfanne erwärmen und zum Beispiel mit einem Herdtöpfel, Rüebli oder Maissalat Faucop, La Salade, servieren. Das Bullenschnitzel eignet sich übrigens hervorragend auch zum Kaltessen. Probieren Sie es doch einmal zusammen mit einer knusprigen Baguette. Für gesunde Zähne kann man nicht genug vorsorgen. Und genau das hat man sich auch bei Odol gesagt. Entdecken Sie Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Weiss gegen Karies, Rot gegen Zahnfleischprobleme, Blau gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachvorsorge in einer Zahnpasta. Odol Dent 3 bietet mir und meiner Familie genau die Vorsorge, die wir brauchen. Neu, Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Dreifache Vorsorge in einer Zahnpasta. Bei GOP im Zahnpflegesortiment. Manikür zu Hause, einfach und schnell. Auch da sind Sie bei GOP im richtigen Laden. Denn dort gibt es Manukura von GEME. Trockene Nagelhaut, keine Zeit zu verlieren. Die Lösung? Die doppelte Nagelhautpflege stösst mit der Schaumstoffspitze die Nagelhaut sanft zurück und spendet Feuchtigkeit. Manikür von GEME, die Manikür zu Hause, einfach und schnell. Brüchige Nägel, keine Zeit zu verlieren. Die Lösung? Manikür de GEME. Die stärkende und schützende Nagelpflege repariert meine Nägel dank Kevlar. Für langhaltende Nägel. Manikür von GEME, die Manikür zu Hause, einfach und schnell. Auch heute haben wir für Sie wieder ein paar Aktionsangebote zusammengestellt, die Sie bestimmt gut brauchen können. Eine Gallia-Melone kostet bei GOP nur 2,40. 6 Dosen Boulette Katzenvollnahrung, z.B. mit Geflügel und Gemüse, kostet nur 3,90. Und 6 Liter GOP 1 Tea Classic oder 1 Tea Light gibt es für nur 3,30. Verschiedene Zahnpasta sind jetzt im Duo 1 Franken bis 2,10 Franken günstiger. Zwei Elmex Fluor Rot kosten z.B. nur 6,20. Und das Dampfbügel-Eisen Satrap Vapor 2000 kommen Sie über für ganze 79 Franken. Und zum Schluss noch der GOP Preisabschlag. 400 Gramm Vanilleraum Glacé von Goldstar kostet von jetzt an nur noch 3 Franken. Und im GOP Restaurant Hirschpfeffer Bündnerart mit Spätzle und Rosenköhl für nur 9,90. Wer sich für den Herbst noch ein paar Ferientage aufgespart hat und den Sommer noch ein bisschen verlängern will, der findet im Herbst-Winterprospekt von GOP Extra Reisen das richtige Angebot. Vom herbstlichen Ferienplausch in Sizilien oder Marokko bis zu den interessanten Ferndestinationen in Thailand, Indien oder Bali gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten, herrliche Ferien zu günstigen Konditionen zu erleben. Für ausführliche Informationen einfach den GOP Extra Reisenprospekt unter der Gratistelefonnummer 155 11 14 Cola. Die Linie ist heute Abend bis am 9 besetzt. Und das wäre es dann auch schon wieder gewesen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.